Neues Spiel, nice Glück. Ah, ich sitze hier drauf. Äh, ich spawnte drauf. Ist ja witzig, ey, der sieht ja richtig süß aus. Das ist Mr. Brown. Dem habe ich meine Frisur zu verdanken. Ist ja witzig. Begleitung. Zwei, vier, sechs, sieben. Falsche Musik. Wir sollten nach rechts. Ne, na, wo wir entscheiden die sich noch? Äh, doch Tendenz links, wa? Lenny landet genau im Westpen-Nest. Ja, 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 die sind da rechts. Du bist, ja, du hast ein bisschen Abstand zu denen. Ja, ich bin weiter vorne im Hauptgebäude. Ah, tschüss, tschüss. Der achte, der achte driftet links neben uns. Ja, hier im ersten Gebäude, der schießt auf irgendjemand. Für mich. Ah, er pünsche einem Tod. Schaffst du zu lange, IC? Ich weiß nicht. Na. Mal gucken. Ja, ich... Ich bin bewaffnet. Dort schon ein bisschen. Ah, boah, entschuldigung. Ich habe Kontakt. Puh, ich habe ihm einen schönen gegeben. Zwei Leute Richtung mein Quickmarker. Da ist aber zwei Häuser weiter, bis ich da bin. Quickmarker. Da ist aber zwei Häuser weiter, bis ich da bin. Bis ich nicht. Schaffst du? Schaffst du? Eine. Markiert den Check auch. Okay. Einer ist mein Quickmarker. Dort, markiert. Blau. Hat mich, hat mich. M24. Die Ratte. Ich lebe dich. Diese blöde Schwein. Holt euch. Da sind drei Leute da, neben dir, IC. Ich heil dich auch gleich. Bleib fliegen. Ich denke, IC mal den Rücken. Von hier nämlich kommt auch einer. Da kommt einer. Mein Quickmarker, 320. Hab leider keine Granaten, sonst könnte ich ihm schon in den inneren. Ich habe Kontakt bei mir. IC, guck mal durch die Tür. Ich kann durch die Tür gucken. Er meint hinter sich. Ich bin hinter ihm. Ich guck durch die Tür. Ich sehe da niemanden im Moment. Ich hab da ihn gesehen. Auch nicht. Ich gehöre die Steps neben mir. Also hinter mir in meinem Rücken. Die Zunge wechselt. Was ist er? Er hat gesnaped? Nein, ich sehe ihn. Der Snapper ist dort. Blauer Marker. Ich versuche ihn zu holen. Main Building ist jemand. H Jawohl auf. Der Snapper ist immer noch. Ich habe einen Abstand entnommen. Ich pushe zurück. Eisi. Ich bin jetzt zwischen dir und dem Feind. Ich gehöre den Feind linksteppen. Bleib bleib. Eisi. weiter hinten passiert wieder bei euch der schütze hinter mir noch ich habe ihn mir geben er kommt hinter der alter das ist echt was holt bei dir sehen ich sehen weiß nicht wo man seine maids sind erst nur genau die sekundenriegel machen nichts mehr diese kleinen es gibt mir aber der kackstift heißt du musst jetzt kacken oder wäufigkeite verstehen nein indem du zuhörst dann versteht er natürlich alter ich bin gerade nicht zustelle ich bin ready to fight wahnsinn in der halle wahnsinn ich sehe ihn ich gehe mal rechts rum gib noch ein bisschen er schießt mir das nach er hat mich bezieht rechts lande immer zurück er versucht uns zu umgehen er hat uns zu umgehen links er ist wahrscheinlich beim stein oder so er ist beim stein ja vorsichtig auf den wz geschmissen vier vier leute sind gerade am sony sturm ich habe eine unterstützung gekriegt hier liegen lauter totenkisten war es nur einer der geschossen hat ich habe bisher auch nur einen gesehen also hier liegen wirklich ein dutzend toten kisten habt ihr in stenten kill gekriegt oder er hatte noch mates mehr glück wie für stent will man sagen ein oha eisig junge wir würden ja mal einander fast sie lassen wenn drauf eisig hat meinen job eisig hat meinen job übernommen ist er drin ja ach moiler wir fahren fast gestorben wegen quen aber wir sind ja gut wie wir den wegradieren das sieht aus wissen ja wie es euch geht aber mir macht es spaß also ja mh wir fahren drei stück runter wir ziehen an uns vorbei ein stück habe ich jetzt noch Fahrzeug hart angehalten bei 190 ne fährt wieder fährt wieder wir haben ja gut cover auf distanz sieht man uns hier im schiff nicht schiff nicht die UMP ist immer noch so eine all time favorite waffe absolut Die Kombi aus Close und Midrange ist perfekt bei der Waffe. Bei der ACP-Mutition, bis auf Miramar ist sie selten. Miramar ist ja immer schöne Winchester überall und da findet man sie ja. Oh, dauerhaft. Eisi schießt mal wieder zu früh, ne? Ich bin gerade ein bisschen zusammengezogen, muss man sagen. Da hab ich nicht mit gerechnet. Vor allem nicht bei Eisi. Man braucht schon ein paar Stunden bis ich komme. Oh Gott, oh Gott. Die arme Frau. Im letzten Mal 4 Stunden. Ich bin trotzdem nicht gekommen. Ja, das ist das Schlimmste, ne? Wenn ihr erklären müsst, sorry, aber wir können noch ein paar Stunden weitermachen, aber da wird nichts mehr passieren. Konzentration jetzt, ja. Fast Late Game. Aber hinter uns muss ja eigentlich nach Wien kommen, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Die sind ja eigentlich alle mit dem Auto an uns vorbeigeballert, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich schleiche mich hier vorne an die Hügelkante. Links von uns. Mein Marker, da rennt er. Wuppenfield. Ich sehe ihn nicht. Ach da, ja. Ja, ist ein Bot. Hier ist der Baum. Ja, jetzt wird's geschallämpft. Okay, der nicht. Ist schon Bot-Zeit. Verstehe. Er hat mich auch angeschlossen, Herr Bart. Warte. Da ist ein Auto dazu, halt ein bisschen Cover am Baum oder so. Ja, der ist durchgeballert zu dem Compound, oder diesen Gefängnis, oder was das? Na, hast du einen Prison? Warte, dieser Stein ist ja perfekt, ey. Der kommt, na, der fährt rum. Da sind eine Menge Autos am Prison. Starten da richtig, hm. Ich guck mal hier ein bisschen rum, was hier nach außen so rum kreucht und fleucht. Wir haben Prison-Riegelrecht abgesperrt. Auto fällt bei uns, Klaus vorbei. Steck um. Was vorbei steht. Fällt ein. Ausgestiegen. Ah, er hat mich wieder. Ich glaube nicht. Ich halte dich, Alzi. Hallo. 1. Sehr gut. Braucht hier ein Auto? Wir brauchen Cover. Hier sind zwei Leute. Einer ist Nock. Zwei sind Nock. Achso, wir sind zwei. Zwei sind Nock. Zwei sind Nock. Zwei sind Nock. mich hat er nicht gesehen.